Morgens Apartment, alles klar. Oh, da sind wir ihm jetzt aber lange hinterher gefahren, ne? Es sind schon fünf Stunden vergangen. So, hat er sich verdient? So muss das sein. So, schauen wir mal kurz. Schon wieder die Nummer zwei. Mr. Morgan. Er müsste mal seinen Briefkasten lernen. Aber ich glaube, er hat gerade andere Probleme, als den Briefkasten zu lernen. So, Nummer zwei hier drüben. Wer der hell ist das? Wollt ihr relaxen? Jesus, Adrian, ich hab dir gesagt, wir sind in der Klärung. Ich werde es verstehen. Ah, Scheiße. Jetzt sag mir aber nicht, dass du den nicht einholen kannst. So, wo ist er denn hin? Ach, hier drüber. Okay. Hopps. Mensch, für seine Figur ist er aber ganz fix unterwegs, kann das sein? Es ist vorbei, Adrian. Nicht gerade da, Adrian. Ja, viele Chancen hat er, nicht wegzukommen. Warum nicht nur mit ihr mit ihr, Black? Warum die Melodrama? Ich dachte, es wäre einfacher. Nein, es hat sich einfach ein bisschen schwer gemacht. Adrian Black, du bist unter Arrest für konspiration und Fraude. Wir sehen uns, was die D.A. hat zu sagen, über die Polizei zu verabschieden, auf einer wilde Gose-Kase-Kase-Kase-Kase. Du wirst deine Frau, wirst du dein Job, und wahrscheinlich in der Großartes Haus. Ich hoffe, sie war es, Adrian. Das war es, was ich? Adrian, was ein Idiot. Du hast einen Arrest und eine Clearance in deinem ersten Fall. Und in guter Stil, auch. Gut, Herr Detective. Efficiente Technik-Effektion, gute Publikum-Presence. Du hast das und du lernen von Bukowski, du kannst du ein langes Weg in diesem Bereich. Hey, wir waren erfolgreich... Der driver's seat. Gefunden Hinweise 13 von 14. Einen haben wir also irgendwo liegen lassen, wo auch immer der war. Fragen richtig? 10 von 13? Na ja, hätte schlimmer sein können. Also, ich hatte es irgendwie grad weniger erfolgreich, ähm Erfunden, aber scheint ja doch ganz gut funktioniert zu haben. Ja, gut, bei dem Typen am Ende, da waren wir halt nicht so ganz... Ach, Fahrzeugschaden wird auch mit festgehalten. Acht Dollar bloß, wirklich? Na gut, Frank Morgan hätte bei härterer Befragung mehr über Adrian Black ausgesagt. Ja, ich weiß, ich habe es ja... Ich habe ja geglaubt, dass er nach Seattle gegangen ist, obwohl das nicht stimmt. Aber hat er nicht... Was hätte ich denn da als... Also ich hätte es ja anzweifeln können, natürlich. Aber habe ich denn irgendeinen Beweis gehabt, dass er nicht dahin gefahren ist? Wie hätte ich das denn machen sollen? Das weiß ich gerade nicht so richtig. Na gut, okay, also jedenfalls nicht hundertprozentig, aber es ist nett, dass ihr mir sagt, wo mein Fehler gelegen hat. Schauen wir uns den nächsten Fall an. Ich glaube, allzu lang kann ich jetzt auch gar nicht mehr aufnehmen. Der Wagen des Konsuls. Okay, wir werden es kurz halten, ich bin schon lange für den D.A. First up, Phelps, Bukowski, wir haben ein Report von einem neuen Packard abandone ein Schädel auf 2nd Street, zwischen Olive und Grand. BR ist ein Oswald Jacobs, der sagt, das Fahrzeug wurde in seinem Backyard. Da ist ein Patrollmann auf der Seite, geh da unten und siehst, was du anrufen kannst. Any questions? Good, get going. Better go earn our pathetic wages. Gut. Rimsky, O'Halloran. Intelligence has information on our stolen car wrapper. Auf Auf, los geht's uns. Fahrzeug, wir werden alle guten, oder, Phelps? Es klingt, dass es mehr zu sein ist, als das. Niemand schützt einen schweißen neuen Packard, falls sie es ohne zu fragen haben. Du hast gesagt, du bist auf Feuer heute Abend, Einstein. Sehr lustig. Komm schon, mein intenser Vertrag, lass uns die Welt zu retten. Warte, ich habe jetzt alle unsere Arbeit, die von Roboter gemacht werden. Ach doch, das ist davon, glaube ich, der Ausgang. Oder? Nein! Hier geht's zum... oder doch? Bin ich ja richtig? Wo geht's denn hier raus aus dem Laden? Hier doch nicht, oder? Wo, 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 wo bin ich? Wo muss ich raus? Ich habe es geschafft, mich zu verändern. Du musst nicht extra die andere Seite aufmachen. Ach, Exit, hier steht's doch dran. Ne, lass, lass, lass. Komm. Einfach mal an die Schilder gucken, das könnte helfen. Ist sogar schon die Tür offen, Mensch. So, rin in die Karre. Und dann auf zum verlassenen Wagen. Das Beide. Oh, Verzeihung. Das tut mir leid, das tut mir sehr leid, das war keine Absicht. Wieso stehst du auch hier? Mensch. Echt? Ja, aber ehrlich mal, so einen nehme ich doch nicht zurück. Ich kann schon gar keinen Gas mehr geben, ist ja auch interessant. Jacobs Hinterhof, 14 Uhr. Feltz, Trafik. Ich bin Officer Houlihan. Die Auto ist auf dem Alleyway, Detektivs. Wir haben einen Begriff über ein abandondetes Fahrzeug. Ja, Sir. Das Fahrzeug hat Flagen. Vielleicht ist es ein bisschen ein diplomatisches Fahrzeug. Hat jemand das Fahrzeug getroffen, seitdem du gekommen bist? Nein. Und das Jacobs-Berb da war auf der Station, bevor ich hierher gekommen bin. Wir sprechen mit ihm in einem Moment. Gib uns Zeit, um das Platz zu schauen. Gut, schau uns erstmal den Wagen an und alles, was hier schon an Hinweisen entdeckt wurde, an Beweisstücken. Was haben wir denn hier? Das Nummernschild fehlt. Gut, aber es gibt doch immer die Zulassungsnummer irgendwo im Motorblock, oder? Normalerweise. Kalifornische Fahrzeugregistrierungsbehörde, Zertifikat. Das hier beschriebene motorisierte Fahrzeug ist hiermit registriert für den Gebrauch und Einsatz, laut den Vorgaben der Straßenverkehrsordnung. Wunderschön. Gültig bis 31. März 48, Packard Clipper, Registrierungsnummer und Kennzeichen. Da haben wir es doch. Argentinisches Generalkonsulat, so, so. Es ist von der Argentinienkommission. Gut, haben wir schon den ersten Hinweis, wem es gehört. und schauen mal in den Kofferraum, würde ich sagen. Fehlendes Rad. Okay. Ansonsten gibt es hier, doch hier haben wir noch was, der Reifen fehlt. Auf der anderen Seite doch auch, oder? Fehlendes Rad. Fehlendes Rad. Fehlendes Rad. Fehlendes Rad ist für Amatür. Ein Fahrzeug würde es in einem Schraubenschlüssel schrauben. Fehlendes Rad. Na gut. Aber ne, es fehlt doch bloß ein Rad, kann das sein. Ja. Bisschen merkwürdig. Na gut, wir schauen nochmal kurz hier drüben. Hier liegt da auch noch was. Ein Schraubenschlüssel. Die Firma bestimmt wieder, oder? Wirst du die wissen? Ah, komm, hier, und so. Eigentum von Dewey Brothers, Package. Kombination, Reich. Sie müssen es benutzen, um die Ruhl-Lugze zu entfernen. Okay. Noch irgendwelche Hinweise? Ich glaube sonst nicht weiter, oder? Die Flaschen werden bestimmt egal sein. Beziehungsweise, die werden bestimmt zu dem Hofbesitzer gehören. Das ist nicht das, was wir suchen. Wer bist du denn? Kannst du arbeiten? Das ist nicht das, was ich heute macht. Nee, ansonsten scheint ja nichts weiter zu sein. Ein Haufen Passanten hier, Mensch. Guten Tag. Oh, was? Entschuldigung. Verzeihung. Was war das denn? Tut mir leid. War nicht, war nicht böse gemeint. Wisch mal das Blut von der Terrasse. Der war gut. Der war spitze. Okay, dann machen wir mal unsere Zeugenbefragung und dann sollten wir hier soweit auch durch sein. Warte mal, es leuchtet denn hier so lustig. Polizeimelder? Wofür ist das denn? Hä? Achso, dann kann er jetzt die Zulassungsnummer abchecken, hä? Kannst du den Namen Dewey Brothers? Achso. Einen Moment. Dewey Brothers Packard Dealer, 629 Figueroa Street. Verstanden. Danke. Sehr schön. Haben wir wieder einen Hinweis mehr, aber wir müssen ja immer noch die Zeugenaussage hier aufnehmen. Ansonsten scheint es hier nichts weiter zu geben. So, gehen wir mal zu dem alten Kumpel hier. Da hat er Spaß, ja. Was hat hier genau passiert, Herr Jacobs? Last night, I was looking out of my window. I like to keep an eye on what's going on. I can understand that. You see this empty lot? Damn kids play stickball here. Always breaking my windows. Always asking for their ball back. Can we get back to the car, Mr Jacobs? Don't be impatient, Sonny. Anyway. Last night, I see this brand spankendew Packard up on bricks. Der Typ erinnert mich irgendwie an Clint Eastwood in Gran Torino. Ich weiß auch nicht. Gut, checkt mal mal aus, Herr. Did you see who stole the Packard? Ich weiß auch nicht. Ah, so eine Kanackensprache, so was spricht auch keiner. Nachdem die Mexikaner zu verlassen, gingst du nicht woher nahe der Fahrt? Nachdem ich sie aufgeregt habe? Nein, ich ging woher nahe der Fahrt. Das ist der Blick von ihm. Das glaube ich ihm nicht. Du fährst ins Auto. Als sie weg waren, hattest du dich selbst zu schauen. Ich war sehr interessiert. Ich fühlte mich mehr gegen das. Also was, wenn ich mich um das Auto nahe der Fahrt. Du kannst mich nicht über nichts beurteilen. Sagt auch keiner was. Du musst doch bloß nicht lügen. Das ist alles. Aha. Also was hast du genommen, Jacobs? Willst du meinen Partner, dich anzupassen? Ich habe ein Buch gefunden, der in der Pfanne gefunden hat. Ah. Ich wollte dir zeigen, es ist auf dem Stadion auf meinem Pferd. Sehr gut. Danke für deine Hilfe, Herr Jacobs. Du kannst dem Officer Tabot sprechen, um ein formales Statement zu schreiben. Wenn du das Auto rauskriegst, kannst du vielleicht zurückkommen und etwas über die Kinder machen. Wie geht es dir um eine Umpires-Maske zu bringen? Gut, dann checken wir mal das Buch aus. Das würde mich doch sehr interessieren. Terminplaner, Juan Francisco Valdez. Viele Namen. John Madsen. Telefonnummer. Wunderbar. Und ganz viele andere Leute. Okay, wir haben den Fahrzeuger, ein Degenerator. Ich werde John Madsen mit R&I fahren. Woher weißt du jetzt, dass das wirklich der Besitzer davon ist? Schöne Hinweise, die unten so durchlaufen. Teddy Hopper, volle Lippen. Ist das irgendwie... Muss man umschmeicheln? Sag mal, ist das das Heft von einem Stricherjungen? Oder was ist das hier? Kann natürlich auch von einer Frau sein, einfach. Sehr merkwürdig. Auf jeden Fall klingt es, als ob da jemand vor allem auf körperliche Merkmale aus ist. Gut. Schauen wir noch kurz auf die zweite Seite. William Dewey. Na sowas. Das trifft sich doch. Kontaktdetails an William Dewey. Das sieht aus wie Business, statt wie Freude. Gut, wunderbar. Im Gegensatz zu dem ersten Teil. Timothy Stobos, schlanke Hüften. Sehr gut. Gabriel, angelic Features, but feisty. Engelisch gleiche Züge, aber reizbar. Gut. Ich glaube, mehr wird da nicht drin sein. Ich hätte jetzt natürlich nochmal auschecken können, ob ich vielleicht nochmal umblättern kann auf die letzte Seite. Aber scheiß drauf. Wird schon passen. So, dann gehen wir nochmal kurz hier ran und rufen nochmal an wegen dem Besitzer des Heftchens. Cole Phelps, Badge 1247. Wie kann ich mir helfen, Detective? Können Sie mich nach Michigan 2458, bitte? Ich habe mich jetzt an die nächste Seite. Hallo, kann ich dir helfen? Ich glaube nicht, dass es die falsche Person ist. Any messages? There's just one message for you, Detective. A four-door Packard diplomatic license number, Paul Robert 706, was reported missing this morning by Juan Francisco Valdez. Na, das passt doch. Do you have him brought in? He's already here at Central, Detective. He's demanding an audience, as he calls it. Thanks. Can you get a message to Captain Leary? Tell him we'll be in as soon as we can. Thanks for your help. Gut, dann haben wir jetzt ein paar Autos, die wir abklappern können. Can you cordon off this lot until we have the vehicle impounded? Yes, sir, Detective. We'll follow up on the owner. Get a statement from Jacobs and I'll read your report back at the station. Wunderbar, also wir haben jetzt den Besitzer des Wagens, den wir verhören können und wir haben die Dewey Brothers, die wir untersuchen können. Außerdem haben wir schon den Hinweis darauf, also es wirkt auf mich so, nicht wie Stricherjungen, aber als ob da ein, ein jungen Liebhaber am Start wäre, der auf, naja, pubertierende, naja, weiß nicht, bei 16 kann man nicht mehr von pubertierend sprechen, aber... Ich weiß, ich weiß, ich weiß, äh, aber der zumindest auf heranwachsende Jungen steht, so scheint es mir zumindest. Mal schauen, aber an der Stelle mache ich jetzt erstmal eine Aufnahmepause, denn, ja, ich habe jetzt doch schon wieder relativ lange gespielt, habe nicht so viel Zeit und dann machen wir beim nächsten Mal weiter an diesem Fall. Bis dahin macht es gut und wir werden natürlich noch rauskriegen, was es mit diesem Wagen auf sich hat. Mittlerweile habe ich mich doch ganz versöhnlich gestimmt mit dem Spiel, auch wenn ich am Anfang ein bisschen gehatet habe. Tut mir leid, aber das war am Anfang halt auch ein bisschen blöd gemacht, das hätte man besser regeln können mit den Erklärungstexten, die viel, viel, viel zu schnell durchgelaufen sind. Okay, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns und tschüss. Okay, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns.